Guten Tag liebes Wiesbaden, mein Name ist Thomas Quinkenstein. Ich bin Physiotherapeut hier bei Ihnen in der Stadt. Meine Praxis für Physiotherapie und Gesundheitsmanagement ist in der Biebricher Allee und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mein Team besteht aus Physiotherapeutinnen, Sportwissenschaftlerinnen, Osteopathen und Yogalehrerinnen. Wir begleiten Leute auf ihrem Weg und Unternehmen, um die alltägliche Lebensqualität aufrecht zu erhalten oder auch weiter zu verbessern. Wir fördern und fordern jeden Einzelnen, um am Ende des Tages eine Verbesserung zu erlangen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Wiesbaden sind. Der Standort Wiesbaden bedeutet uns sehr viel von der Infrastruktur her, von dem Wallungsgebiet. Unsere Praxis ist in der Biebricher Allee sehr praktisch für uns. Es ist eine Bushaltestelle, es sind Parkplätze und für unsere Bedürfnisse sind in allen Belangen gesorgt. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns jeden Tag in diese schöne Häume kommen zu dürfen. Falls wir Ihnen Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich jederzeit melden per E-Mail, per Telefon oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und wir unterstützen Sie in jeder Lebenslage. Bis dahin viel Gesundheit und bis bald.